Du fährst mal mit und du fährst sowieso mal mit. Ah, du bist der Shadow, sehr gut. Die Position abgeschlossen. Kommst du mit? Diese Mugen sind jetzt echt nervig. Da kann ich hier oben mal rumschauen. Was ich auch machen kann, ist hier unten mal noch schauen. Aber eigentlich wollte ich ja von hier oben dann da hoch oder so. Ja, hier sind einige. Oh, vor allem in die Richtung. Noch da unten. Wie sieht das noch hier aus? Oh ja, hier ist auch eine Menge. Schon ein bisschen nervig. Wie sieht das Gebiet hier aus? Das sieht glaube ich hier oben aus. Wir können hier bis dahin. Mal gucken wir hier weiter. Ich hoffe nur, dass wir hier kein weiteres Mühelfeld finden. Ziel gespeichert! Okay! Ziel gespeichert! Ich meine, ich denke, wir merken schon, wenn wir ein Bienenfeld finden, also von daher. Ziel gespeichert. Ziel gespeichert. Ah, supi. Produktion begonnen. Produktion abgeschlossen. Okay, ich brauche dich, ich brauche dich. Wir sollten erstmal hier entfahren. Bereit, Ziel gespeichert. Begonnen. Ach du Kacke. Begonnen. Gucken wir erstmal, ob wir hier durchkommen. Begonnen. Das sieht nämlich eher aus, als wenn das ein Dead End ist, was er hier vermietet hat. Begonnen. Ne, ist es nicht. Begonnen. Was hat er denn da jetzt angeschoben? Begonnen. Begonnen. Wie ist denn das Ende? Sie sind nach vorne gelaufen. Ach du Scheiße. Ist vorgelaufen. Begonnen. 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 Ich muss die Seitenminen natürlich auch klären, weil ansonsten kommt da irgendeine Einheit der Meinung, ich kann auch zur Seite laufen und dann ist alles kaputt. Das muss ich hier auch machen. Gut, die Miniger scheinen schon relativ gut geräumt zu haben. Die brauche ich jetzt wieder für da oben. Ja, das ist auch schlimm. Das kommt immer zu weit weg. Produktion begonnen. Produktion abgeschlossen. Passt. Der geht natürlich als erstes drauf, wenn wir ihn finden. Wie dieser zum Beispiel. Produktion abgeschlossen. Okay. Ziel gespeichert. Produktion abgeschlossen. Okay. Okay. Sie haben da irgendwas gefunden, was ihnen nicht gefällt. Wir können auch näher herankommen und da können auch mehr Leute das beschießen. Sie haben da speichert. Okay. Oh ja, gut. Reparatur braucht ja keiner. Wer da auch mit Maschinen, die der da schießt. Das war der Minen-Digger, der sich nach vorne wagt. Läuft. Das war der Minen-Digger. Und jetzt machen sie wieder Renta. Es hilft mir nicht, wenn einer nach vorne rennt und alle anderen irgendwo hinten rumstehen. Kommt alle her. Ah ja, hier sind ein paar. Ich kann es leider nicht schnell überlesen, weil es wird immer relativ schnell wieder abgeselektiert, der Text da unten. Das Reparatur-Ding reagiert gar nicht bei mir. Ich habe da drüben Spaß. Jetzt weiß ich auch, wo meine anderen Arbeiten kaputt gegangen sind. An eben genau diesem Spaß, der jetzt gerade... Dann holen wir uns mal mehr Kraftwechsel, glaube ich. Oh, ich hab geschlossen. Oh, das ist ja auch fertig. Oh, ich hab geschlossen. Oh, ich hab geschlossen. Oh, ich hab geschlossen. Oh, ich hab geschlossen. Oh, ich kann es nicht schon pipelinesverhält. Oh, ich hab geschlossen. es ist ganz schlecht ich sage jetzt erst mal diesen Scherrl Ah, hier liegen die Mühle drin. Ich hätte das nur ahnen können. Mit Feuer gehen die einer den anderen noch kaputt. Ich hätte das nur ahnen können. Ich glaube, jetzt brauche ich auch keine Shadows mehr. Kraftwerke zerstören, bitte. Danke. Zumindest für die Einheit, die oben baue ich keine Shadows mehr, denke ich. Ich muss auch zerstört werden. Und natürlich hat er ja auch wieder alles für ein Mühle. Das war's noch nicht. Irgendwo ist noch was. Vielleicht brauche ich doch nochmal eine Shadows. Deswegen habe ich glaube ich immer den Reparatur-Einheit in der Basis gehabt. Weil es einfach schwierig ist, die ganzen Dinge am Leben zu halten, wenn man Basen erobert. Dann schauen wir jetzt mal hier links das große Dunkelgebiet an. Dann kann ich dich irgendwie generalisieren, offensiv. Machst du das mittlerweile? Ja, ich bin bereit. Schnell reparieren. Nee, die generelle funktionieren auch weiterhin in dieser Version nicht. Nachdem wir hier noch ein großes dunkles Gebiet haben, mache ich den Lebenskrieges noch nicht aus. Was würde ich denn jetzt gleich erst machen, wenn wir das hier so weit erkundet haben? Irgendwo sitzt jetzt wahrscheinlich der Einzelneinheit und die kann ich dann ewig suchen. Ich glaube, das ist jetzt schon ein guter Plan. Den fang auch aus. Oh, da oben. Da oben steht noch Gebäude. Ihr seid theoretisch generell, aber darf ich euch jetzt sagen, macht ihr das auch? Naja, oder auch nicht? Das Video ist eigentlich zum Generaliga. Okay, hier ist dann auch nichts. Den schalte ich mir so. Na, wo bin ich? Äh, hier bin ich. Ihr dürft doch mal hier rüber gucken. Oh, der Shadow, der hier mal schreibt, ist kaputt. Und die Mine ist leer. Nee, nee, nee. Dann holt euch doch mal von woanders, äh, das sollt. Ähm, ja. Ich hoffe, das wirkt. Aber das sollt ist theoretisch. Ich meine, ansonsten machen wir hier noch den General wieder aus. Und schicke mich da auch hoch. Ah, ja. Diese Lektion ist natürlich auch ein tolles Ding. Aber hier scheint es auch nichts mehr zu geben. Dann höchstens da unten noch. Oder hier in der Mitte. Der trifft doch sehr kacke. Der Flugverkehr wird ausgeweitet. Hier oben glaube ich jetzt eigentlich nicht, dass das was sein soll. Aber ich gucke trotzdem mal wieder nach. Da ist noch immer viel grün. Dann fassen wir euch doch mal da. Irgendwo ist nämlich noch eine Einheit oder ein Gebäude oder sowas. Komm, bewegt euch. Okay. Bereit. Hier war natürlich das wunderbare Minenfeld. Das heißt, meine Einheiten kommen gar nicht an, um rauszugucken, ob da was ist. Nein, da ist nichts. Das waren drei Einheiten umsonst geopfert. Egal. Zählen hier bücherweise nicht. Es gibt ja keine Punktebeerdigung oder sowas in diesem Spiel. Aber guck an. Das war das Letzte. Ein Türmchen. Ja. Dann können wir jetzt eigentlich nach Europa. Dem letzten Kampagnengebiet.